Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit den beiden Jungs von ISTTV, Grotti und Apfel. Dann haben wir noch Jordan und Flo dabei. Die beiden Jungs von ISTTV, Apfel. Ich hab Grotti auch gesagt. Grotti kam nicht durch. Bei mir schon. Also ich will euch schon sagen, was willst du, du Hafensäger. Die beiden Jungs von ISTTV, Apfel. Apfel und Jack Daniels. Also welcher, welcher Kaffee? Ähm, Triforcing. Baby Park. Triforcing. Triforce. Achso, Triforce. Was? Triforce. Ja, das wäre das erste Ziel gewesen. Okay, sorry. Von oben dann nach unten. Habt ihr alle ausgewählt? Ja, aber wer ist hier du? Let's go. Wir werden jetzt wahres Goldmine, ne? Ja. Okay, sehr schön. Ja, goldene Pisse. Wir haben uns da irgendwie selbst einen Strick gedreht mit diesen DLC-Strecken damit. Irgendwie funktioniert das nicht. Doch. Aber es ist jetzt eh das letzte Mal, dass wir die machen müssen. Jan, es ist das letzte Mal, dass wir die machen müssen. Was soll denn der Schweizer hier? Ah ja. Hoopern. Hoopern. Wer ist schon wieder Donkey Kong? Okay. Hoopern. Deine Mulder. Ne, wer ist D.K. von euch? Achso, Grotzi. Och Grotzi, hast du nicht schon mal den Affen gespielt oder hast du den der Hose hingeflampt? Ich hab den schon mal gespielt. Ugu. Da werden wir den haarigen Affen-Jock machen. Uwu. Easy. Okay, Apfel, ich weiß nicht, was für ein Donkey Kong du kennst, aber meines sagt nicht Uwu. Ah. Oh, D.K. Wer da? Das war Apfel. Ich kram hier nur Leute auf die Seite. Ich bin extra in die Banane reingefahren. Jordan! Hört ein Uwu. Du musst einen Pilz eingesetzt, Alter. Ähm. Jordan! Warte, du! Jordan! Gib mein M, gib mein U, gib mein M. Äh, guck dir bitte mal, wenn du meine Folge schneidest, ab zwei Minuten, ab Minute, zwei Sekunden, fangen sich an und guck, wohin ich fliege. Memo, guck dir mal, Jordan, du schneidest wirklich seine Mario-Kart-Folgen? Er schneidest alle meine Folgen. Weil ich runterfalle! Grott, du bist da oben! Nein, warst du nicht da, als Keks gesagt hat in der Folge in seinem Stream, dass Jordan jetzt für Gates seine Videos schneid? Ach, als ob. Das war eh nochmal, welche Videos, welche Videos. Das haben wir vorher in der Folge sogar noch nicht aufgerufen. Ja, ich dachte, das wäre ein Joke gewesen. Ne, mach das Ding! Alter, Keks, wie dumm bist du eigentlich? Ich bin einfach nur stinkend faul. Das war kein Joke. Das war einfach die Realität. Du hast doch wirklich kein Geld, Keks! Doch, ich hab genug Geld. Grott, ich hab dein Fressen am Arsch. Willst du das? Ich weiß nicht, wo ich langfahre. Komm her, du Affe, willst du dein Essen? Du isst das so wie mit der Erdnussbutter und dem Schwanz bei einem Hund. Oh, Flo! Nein! Beim Hund? Ja, in Amerika ist es anscheinend so ein Ding, dass Leute sich Erdnussbutter auf den Schwanz schmieren und das von dem Hund abgegeben lassen. Sorry, was? Kennt ihr das nicht? Was? Kennt ihr das nicht? Ich frage mich, warum Affe das? Das Grott sich gerade überfahren. Ich gucke nicht so komische Erwachsenenfilme, aber okay. Ja, Grott sich, tschüss! Gefällt mir schon wieder alles gar nicht. Oh, ich war alles richtig beschossen. Ich war erst... Und dann kommt ein Gold-Mario. Glück mich. Alter, was passiert hier denn? Aufmarsch. Was ist hier los? Nein! Ja, nein! Schut! Ich hab gar nicht gemacht. Nur eine Weltheets getrunken. Ja, das ist nicht zwei, meine Nütze. Ich hab gar nicht gemacht. Ja, da kommt jetzt irgendeiner gleich mit zwei Roten. Nur eine Weltheets getrunken. Warum bin ich jetzt fucking 50? Einen genauen, klar. Natürlich! Du bist fast runtergefallen, hast du es gesehen? Bei mir bist du runtergefallen! Oh, ich hatte eine Tröte. Das kann nicht wahr sein. Holy shit, das war's nicht. Der Apfel noch vor mir ist. Was? Der Apfel, nicht der Apfel. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich liebe deinen Mike, dass es bei dir immer perfectly cut screams ist, wenn du es weißt. Oh nein, nicht dieser Regenbogenboulevard. Regenbogenboulevard. Es ist halt dasselbe Mike, was Jordan hat, ne? Perf, perfectly cut, perfectly cut screams, ich kenne die Englisch. Ja, aber es ist das, was ich habe. Man müsste meine Perf, ja genau, perfectly cut, perfectly cut Apfel. Perf, perfectly cut Apfel. Aber in dem Video schneiden wir einfach nur einen Apfel. Einfach seine Frisur. In meinem Best of Heldmann Apfel so einfach so, so, ah, ah. Also zwei Schöneinander so ganz kurz. Das war so geil, dass du, was du auch in die Untertitel gemacht hast, so mit Eingebogen. Das heißt, es ist elbe Mike, was die anderen haben, what the fuck. Können wir aber zum Thematik zurückgehen, das kriegst du einfach dumm ist. Ich fand die beste Stelle war trotzdem, wenn man noch, wo Apfel diese... Ach, das ist ein haariger Affe. Wo du das Bild eingeblendet hast. Gotti, hast du irgendein Item auf mich eingesetzt? Das ist Goofy-Hand war das. Ja, Goofy. Ja, ho, 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 ho. Gotti, was hast du da auf mich eingesetzt? Ich hab den Roten am Arsch und du bist da einfach reingefahren. Bei mir hattest du gar nichts am Arsch. Gotti! Deswegen hab ich ja gefragt, ob ich Apfel's Bild im Video benutzen darf. Hä? Bei mir hattest du auch die Lippe am Arsch. Ich verliere meine Items online. Hä? Wie ist das möglich? Ich verliere meine Items, ohne zu sehen, wenn meine Items boomst. Oder schluck halt die ganze Zeit nur runter, ey. Ich war froh, dass du bei 200 ZDF da warst. Das müssen wir uns mal anschauen. Was machst du auf meinem Platz? Apfel, was machst du auf meinem Platz? Hier, Apfel, einer für dich. Einer für blauen. Der Hohen hab ich getroffen. Jetzt ist die Blaue durch mich los. Der Blitz. Der Blitz. Die Legende. Ich bin 10 Jahre. Ich hasse diese Strecke. Und ich hasse euch allen. Ja, will ich auch. Ist Ludwig eigentlich ein End-PC? Ja. Ein End-PC? Was? Was? Ich muss jetzt auf End-PC, mein Freund. Wer hat eine Rakete? Na, hör mal. Na, hör mal. Wo fahr ich hin, Alter, scheiße. Zu viel nach hinten geschaut. Ach, komm mal. Nein, nein. Er fährt einfach runter. Was soll das denn? Versteh ich auch nicht. Gut, ich fahr durch Items drücken. Ja, der ist in meine Banane reing. Oh mein Gott, Jordan wurde fast platt gedrückt. Ach, der Link. Wer ist Link für euch? 2-13 nach vorne, um dann 3 nach hinten zu kommen. Alter, dieser Link fackt mich ja böse ab. Oh, da kommt der Blaue. Wow, ich zieh es runter. Wer ist auch Dorito? Hä? Das war ich. Ich bin aber noch 6. geworden, jetzt wegen den letzten paar Metern. Ich bin 7. Was hab ich gemacht? Alter. Was macht der Affe so weit vorne? Ich bin 7. Ich teile mir noch keinen Platz mit Ludwig. Alter, ich bin ein Punkt vor Jordan. Was soll das denn? Ja, was machst du schon mal oben, Apfel? Oh. Die Polarkreis-Parcours. Oh nein! Oh nein! Und es ist die Map von... Sein Bier ist auf den Router ausgeleert. Bitte nicht. Nee, hoffe ich nicht. Ist der Router überhaupt bei dir im Zimmer? Der ist in seinem Arsch. Der Router ist direkt neben mir. Nee, mein Router ist zwei Stockwerke über mir. Ja, guck euch mal nachschauen. Ich hoffe, du hast Kabelverbindung. Natürlich. Nee, natürlich. Und auch besseres Internet als Gotti. Steckbodenverbindung. Entschuldigung, ich hab nicht mal... Ich hab nicht mal Internet. Du hast nicht mal Bambus-Leitung. Ich hab nicht mehr Internet. Ich kann trotzdem mal nur in Spielen. Oha! Drei Grüne auf den Zweiten. Er hat sein PC. 20 Euro gekauft. Alter, ich kann nicht mal driften. Nee. Wird hier jemand BOTW-Link? Nee. Nein, das ist der BOT. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist der... Das ist der neue Baby, Mario. Sag's dir. Oh, Flo. Dann setz ich meine rote nicht ein. Nein, das ist mein Fehler! Nein, man... Ich hab euch gewarnt. Was? Ich weiß zwar nicht, wie Apfel da getroffen wurde, aber ich... Klingt ja auf mich, what the fuck, Bro. Beschweren... Du was? Anni, mich da bei dir. Beschweren würde ich mir... Anni, mich da bei dir. Anni, mich da bei dir. Ich kann nicht mehr den Spruch. Ich kann gar nichts. Beschweren kann man auch gar nicht. Alter, wer... 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 Ich wollte eigentlich Apfel treffen. Ich hab... Wer... Ich hab alle... Ich hab alle getroffen. Du musst dafür eine scheiß Tröte, es macht gar keinen Sinn. Ich wollte Apfel damit treffen, sorry. Ist so dämlich. Ich bin golden. Nee, ich war eigentlich nicht dämlich, da waren vier Leute, ich hab aber nur... Ich hab mit... Ich hab mir gerade beide das scheiß Doppleitem geklaut. Oh mein Gott, die Bombe hat mich fast gehittet. Habe ich irgendjemandem mit der Bombe getroffen? Ja, Apfel und äh... BOTB-Ling. Dumme Sau. Junge, wie schnell bin ich? Ich zerstörte dich gerade. I'm dead. Warum denn dead? Weil mein dad just in Bones ist. Ey, ich krieg so viel Karma diese Runde, man. Es ist so... Ähm, Flo, es war meine Grüne, die ich da versehentlich getroffen hab. Versehentlich, ja, ja, ja. Mann, ich krieg ne rote in den Ars noch mal, ne fünn blauen. Okay, zu junger. Alle, le bleu, alle. Können wir mein Counter machen, wie viele blauen ich immer kriege? Genug. So durchschnittlich ne halbe. Nein, ich schieße rote hier in den Knochen sechsen rum. Nein, 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 warum? Was heißt, du, 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 du. Kevin. Kevin. Ha, tschüss, Kevin. Ich bin zu Hause. Kevin, Kevin, Kevin ist bei seinen Eltern zu Hause, das wäre ein langweiliger Film. Ich krieg Apfel auch nicht mehr überholt. Nein, bro. Oh, was? Wie, wie hat er dich getroffen? Ja, fünfter, okay. Siebter. Wie hat er dich getroffen, hä? Ich hab mich was getroffen? Ja, ich war einmal erst und scheiße danach noch mal noch rein. Bei mir hat er dich getroffen. Ich bin siebter. Siebter. Vierter. Selbst Grotti ist besser als ich. Flo, hast du vergessen, dass wir ja auf Nintendo-Server spielen? Na gut, ja, komm. Hey, wieso spielst du so scheiße? Ich sag nur Spiel die World. Ich sag nur TÜÜÜ! TÜÜ! TÜÜÜ! Ich soll doch mal Motorrad zurückfallen. TÜÜ! 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 TÜ! 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 aber ich krieg noch mal eine Abdinger, aber ich krieg das kotzen! Das kann es nicht sein. Tja! Was! Die meinten muss nicht bekommen! Weil ich das... fortressen, du bist nicht erstens. Puh mit ritter für meine grüne. etmek. Puh mit rٹann wie hier. Das ist passiert? im Gesicht ich weiß nicht was passiert ist jetzt bin ich hinter Flo und Johan ich hab schon wieder nur ne Münze gekriegt hier Flashback Alter Ludwig hat mich mit irgendwas um die Ecke gerammt also hat er so ein Curved Cock keine Ahnung NEIN Baby Luigi mit nem fucking Stern schon wieder falsche Richtung gedriftet gibt's im Moment der hasse ich gespiegelt einfach für das was es ist Alter Link will Stress aber so richtig Link will richtig Stress ich bin dafür, dass ich den mal weg wegen der Tröte sagst du? NEIN weil der Bananen genau auf meine Fresse setzt NEIN aggressiv so mit dem Hintergedanken so fick dich Digga wie hab ich diese scheiß Tröte getroffen hä? Junge wer hat die... die Rote hat sich nicht die Rote hat sich nicht mal getroffen Alter ich bin's kaputt gegangen ich hab schon wieder den Münze an derselben Stelle gekriegt Mann der Blaue trifft mich immer ich bin nicht mal Erster ähm Flo das war nicht der Blaue das war meine Rote John lass... lass die... leg die Bombe wieder hin Hä was ist so Grotti vor mir? Hä wo kommt Grotti vor mir? Mann ich schau nach hinten ah das wird nix wer hat denn jetzt Rakete schon wieder? ich bin falsche Richtung gedriftet was macht Grotti vor mir hä? ich sag's haben wir schon dreimal gehört jetzt heheheheh Ich fär... ich treff... ich treff jetzt mal noch Feuer Oh Gott sei... NEIN! Alter wenn ich war eh wenn ich jetzt noch Letzter gewonnen wär der Controller wär durchs Fenster geflogen ich sag ich dir Wenn du letzter gewonnen wärst, wenn ich jetzt noch getroffen werden wär. Du bist getroffen werden, aber hinter der Ziellinie erst. Nee, bin ich bei mir. Du bist getroffen werden. Der Goldpot, meine Ficker! Oh, ich hab noch den Bronzer-Pot, ey. Was für dich sind denn, ihr Huren? Hey Apfel, hey Apfel, wie viele Goldpots hast du bisher? Hey Apfel, hey Apfel. Hey Grotti, Grotti, Grotti. Fuck you. Ich glaub nämlich, ich hab zwei mehr als du. Bingo. Ja, Jordan hat immer noch mehr als du und Jordan ist wenigstens mein Freund. Sicher? Ich hab mehr Goldpots als Manchester City Champions League Titler. Fuck you, City. Interessiert keinen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also Leute, das war's mit der etwas chaotischen Runde Mario Kart 8 Deluxe. Schaut doch gerne bei den anderen vorbei, die machen eher aktiver Videos als ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen sie rein und ciao. Tschüss. Tschüss.